steffens prognose mit mir hey meine beise draußen ich bin steffen und herzlich willkommen zu sticker wm prognose hier auf ballis united ich bin's wieder steffen heute haben wir das spiel peru gegen dänemark aus der gruppe c das spiel in saransk heute um 18 uhr und wir haben wie immer sechs dicker päckchen der fifa world cabrasha 2018 sticker 6 päckchen gibt ein spannendes spiel schreibt eure tipps auf jeden fall in die kommentare oben könnt ihr auch abstimmen wer ihr glaubt gewinnt aber wir haben erstmal die prognose um zu zeigen was ich wer was die sticker glauben wer gewinnt wird auf jeden fall spannendes spiel wir fangen an mit naikolan luka modric das mannschaftsfoto von mexico wang joho und von schweden leser gleich sonn oder klässern oder wie man es ausspricht noch kein toll im ersten tag und das zweite pack hier haben wir mario götze dann haben wir ja amin ben amore und von japan haben wir usami ein paar bevor schon haltet ist noch 0 zu 0 hier in saransk und da ist der erste treffer für peru radio richtiger ist also damit gehen die peruaner hier in führung mit 1 0 gegen dänemark dann haben wir noch die jaga carlos wähler und das 2 zu 0 für peru im gleichen tag nice alberto rodrigel also zwei verteidiger treffen hier direkt für die peruaner nice und dann haben wir russlands logo also ein pack für peru 2 schneller doppelpack für die peruaner hier in dänemark muss antworten am besten natürlich das logo oder ein manches foto hier haben wir wieder nein golan wer ja nicht mehr dabei ist dann haben wir milikowitsch savi von serbien lindelöw dann haben wir ok fahrsacki und fifa team fifa tv world cup rusia und sticker noch zwei packs und dänemark noch ohne treffer bisher muss ich doch ändern für die dänen hier nehmen wir als erstes von japan muri schiege haben wir tiago silva nastasic dann haben wir hafsawi und von frankreich und titi die sind ja auch in dieser gruppe drin haben vorhin gegen australien bereits gespielt und dann haben wir guckt euch das video auch natürlich dann wir rosse fonte von portugal das mancher foto von polen dann haben wir sah von senegal nani von portugal und als letztes haben wir sie von australien das war es dann mit dieser prognose peru gewinnt 2 0 gegen dänemark vielleicht etwas überraschend auch wenn ich glaube dass sie circa auf einem niveau sind die peruaner und die denen die beiden tore für peru machte erst miguel arroyo und dann alberto rodriguez die beiden torschen für peru die helden zum wm auftakt das war die das war dieses video von der sticker prognose guckt euch die anderen von heute auf jeden fall noch an heute sind ja vier spiele an diesem samstag richtig nice auf jeden fall peru gegen den markt 2 zu 0 damit gibt peru in führung in ihrer gruppe zumindest wenn es nach der prognose geht schreibt eure tipps unten in die kommentare oben könnt ihr abstimmen wer ihr glaubt wer gewinnt den genauen tipp in die kommentare abonniere nicht vergessen um die anderen videos nicht zu verpassen liken wenn es euch gefallen hat und wenn ihr uns unterstützen wollt und das war's von diesem video haut rein ciao Wie geht's dad um auf der anderen Seite im 2 3 1 2 1 2 2 2 1 Vielen Dank.